Stove is bloody head in. No one steals from me. Halli hallo und willkommen zur nächsten Folge von Warhammer. Wir haben Wormontide 2. Halli. Diesmal in Helmgard. Und ich habe noch eine neue Waffe, ein Schild, wie ihr seht, mit Kolben. Die sind schon ein bisschen stärker, oder? Ja, ja. Halt mich ein bisschen mehr raus, dann noch höherer Schwierigkeitsgrad. Verreckt. Ähm. Nein! Ich habe Wormontagefallen. Ich sagte, Schild brauchst du nicht mehr. Ey, jetzt hier brauch ich mein Schild noch. Ne, ich habe mit dem Gegner geredet. Ich habe ihn gerade schon weggeschlagen. Ja, wir haben durch dieses fette Tor durchgehend. Jo, konnte ich auch sagen. Stirb. Oh! Oh Gott! Was ist denn? Ja, siehst du nicht, fette Gegner da. Wo? Oh! Oh! Ich bin irgendwie weitergegangen. Lola, der ist hinter dir runtergesprungen. Das hast du echt nicht gemerkt. Oh, jetzt ist er beim Link. Alles klar. Oh! Oh! Ich hab' den Fett getrunken. Oh! Ich hab' den Fett getrunken. Oh! Ich bin tot! Ehrlich? Du wirst doch, du wirst doch. Oh! Ich schild den von. Warte, ja, du bist grad mit nem Feuer, das ist grad echt glöd. Der andere läuft mir grad hoch. Okay. Okay. Na ja, wie soll ich denn den kommen? Noll. Treff ihn an! Aua! Ja! Ja! Man muss hinten diese blöde Ratte damit treffen. Ja, ich weiß aber, ich hab' kein Leben mehr. Wenn er dich einmal mit dem komischen Strahle wischt, bist du voll am Arsch. Ich brauch' Leben, unbedingt. Und Leben. Ich brauch' auch unbedingt Leben, Alter. Hast du noch Fernschuss-Dinger? Nein. Scheiße, weil ich hab'n... Ich kann dich halten, wenn du zu mir kommen würdest. Ich dachte, ich hätte das explodieren müssen, aber nein. Wo wirst'n du? Ich bin bei dem Typ. Ja, ja. Schieß drauf. Nein! Man kann ja auch draufschlagen, wenn's ist. Ja, aber das stimmt's ja. Du verlierst ja auch Leben, oder? Naja, aber es explodiert ja nicht gleich. Komm' nochmal hoch. Ja. So, jetzt müssen wir das nochmal irgendwie erwischen, jetzt. Hi! Es ist weg, geh weg! Oh, okay. Da war ja irgendwie fast kein Schalt mehr. Oh, aber ich bin ein Feuer, Alter. Ah, bunt in ein Feuer! Sehr, sehr schön. Äh, alter, der ist jetzt echt zart, ne? Komm, komm! Jawoll! Das war echt knapp, ne? Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Vor allem gleich am Anfang vom Spiel. Das war jetzt... Das war jetzt... Weil man noch gar nichts hatte, keine Bomben. Oh ja, toll, jetzt hatten wir die Bomben. Pfff. Jetzt ist das Zeug klar, ich weiß schon nicht. Ich seh's auch gerade. Hier ist ne Hebel. Aber das einzige, was ich nicht habe, ist Medi. Ich kann dich heilen, wenn's wär. Ja, mach mal bitte, weil ich hab' echt keine Hebel. Das? Das Wound ist nichts. Dankeschön. Ah, Spezialfähigkeit vergessen zu benutzen. Fuck. Hm, coole Aussicht. Oh, sieht nicht schlecht aus. Oh, da wartet uns ja schon. Oh. Ich wusste, ich war deine Mission. Okay, auf dem Schwierigkeitsgrad muss man echt bisschen versuchen zu blocken, wenn ich das. Ja, und die Blockade von denen durchzubrechen. Ja. Oh, die Gleefe ist halt einfach gegen diese gepanzerten Ratten echt gut. Gasratt. 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 Äh, Gasratt. Die, äh... Gasratt. Oh, Milchson. Oh, da ist, äh, heil, heilung, 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 heilung. Oh, ja, ich sie es. Habe ich. Hier ist ein Ding, sollen wir da reingehen, da ist irgendwas zum runtergehen. Ich weiß das nicht. Äh... Mach mal. Schau drauf, oder? Wuuuuh, komm mal. Der ist vielleicht ein Folianten oder so. Oh, Gott. Ich hin, das ist alle schwarze. Oh, lol. Oh, fuck, oh shit. Oh... Cropping, ja. Einmal an der Scheißmommel gedacht. Ohh, lol. Woah, 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 was macht hier so verstanden, Alter? Die können wir... Boah, da sind doch viele. ich weiß nicht mehr geschafft da wird mich aber so viele leute abgehackt okay ein schwierigkeitsgrad unterschied hier merken heute ist echt extrem aber es kommen halt auch gerade so viele jetzt geht es weiter dann muss man und alles und alles wohr alter sieh zehn stöpig aus also wenn du hier kämpft bist du am arsch ich hab geblockt ich bin so hardcore da ist nochmal ein drang da ist es noch eine brandbombe ich glaube ich nehme eine brandbombe mit voll gut gegen das klein Viech und auch gegen den starken das hat mich eigentlich in Arsch gerettet weil er da auch Leben verloren hat wow 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 irgendwas mit 1 Damage dermaßen reingehauen ja das war der Chaoskrieger wow 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 ich bin am Arsch ich komme hier nicht mehr weg boah ich bin tot runtergefallen fuck ich bin auch tot oh nein KI nein die andere KI wird weggezogen what the fuck alter lol was macht der hä was macht der alter das war jetzt echt behindert was ist in der Sackgasse niederlage alter verwalter das war jetzt heftig krass holy moly einfach gleich nochmal oder naja puh alter krass ey ich hab doch nicht nur 37 Leute gekillt das gibt's doch nicht ne ich hab nur 52 ja nur du bist immer ja hallo in der Größenordnung sind 20 Viecher echt nicht viel also bei diesen großen Typen muss man unbedingt blocken das ist ja das mache ich ja immer aber ich komme nicht zum schlagen weil sobald ich schlage ja eigentlich nur bei diesem ganz großen da vor allem ist wichtig zum blocken ja aber dann wenn ich einmal den Block verlasse dann die drängen mich so zurück ich kann nur blocken was du willst ja 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 und gleich nochmal alles schon so gerne 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 wuuu das mal haben wir nur noch mit tratten sind die chaos krieger irgendwie lol ist das so zufall oder was ja war doch letztes mal auch schon bei der anderen vielleicht hier mehr Glück die leichte sind naja da werden wir schon nicht immer mehr trainieren oder so viele roten für sturm rote mit euch wo alle macht die machen extrem viel schaden ja das oh nein hier ist ein bomben ist eine brandbombe und normale bombe gut da wird gleich gut wo hinter uns auch noch voll in der sag ist er wieder kritisch das habe ich wieder 50 prozent leben er nicht unbedingt vielleicht bleibt diesmal weg neul was ist da los bei missionen laufen ja nicht immer gleich wo was ich brauche unbedingt medic ich brauche mich mal ist da vielleicht hinten irgendwo einer hier was schauen wir uns mal kurz um hier halt rum ok aber vielleicht hier hinten um was zu finden nehm ich pech hast du was hier ist echt gar nichts naja gut naja gut die rote kommt hier ich krieg dich ich krieg dich ich krieg dich ist das die Lifting Platform we seek? dann sind unsere means der selbstbecken ja 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 die back grad bei mir voll rum ja stimmt ich will noch nicht gehen nein ja 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 wie du o alter hier ist wieder was immer mehr oder? hast du gerade bauen gehoben? jau ja ja aber ich hätte das jetzt glaub ich gut mit headshots noch mal rauszunehmen können die hier ist nochmal die Bombe, hier, bei mir oben Gehen wir wieder da runter oder wollen wir das nur über die Straße gehen? Ähm, gehen wir über die Straße, oder? Ne So Ich warte ein bisschen zurückgehen glaube ich Oh, nicht dass wir da irgendwie Wow Oh, man legt auch Schaden und Feuer, ja Ne, ne Echt nicht? Glaub nicht Oh, das hast du in dem, oh Gott Bewüstete Kunst, ich hab irgendwas gefunden Einfach Wow, sind da viele Wow, krass Ja Alter, überall Bombe, mon sei Das ist ja Wahnsinn, was da grad abgeht Okay, das glaub ich hab auch relativ viele Kills gemacht Ja, du sowieso, du machst die ganze Zeit gelegt Was ist denn eigentlich hier drin? Ach, sind wir letztens auch durchgelaufen, oder? Ja Ja Oh, wir müssen da durch Oh, wir müssen da durch Loll Ist dir vorher auch runter gefallen? Ich bin mir nicht sicher Ist mir irgendwie nicht aufgefallen Ich bin mir auch nicht Das ist gut zu wissen, dass ich diese Stürmratten one-shotten kann Weg halt, ohne Witz Ja, genau Müsse, ich hau da drauf Nein Hilf mir Wie denn? Dankeschön Oh nein Oh Shit, shit Oh Kommen wir zum Vetter? Ich hätte... Nicht? Ehrlich? Gar nicht? Gott, ganz ruhig Ist er tot? Nein Das stimmt jetzt nicht, oder? Achso, jetzt kommt kein... Die Leute wollen uns ja auch kein Hauptgegen nehmen Ne Ne, das ist ja wie ein Left 4 Dead eigentlich Das ist eigentlich immer so, so Zufall Wo hat das so ein Typ? Okay, der kommt Fetter Typ Kommt Ah, okay, der ist er Okay, bin weg, tschau Aber es ist eigentlich ein anderer fetter Typ jetzt Das ist ein Kommen, oder nicht dieser Loll, wie wiederbelebe ich den? Ich weiß es nicht Loll, der ist weg Oh nein, mich müh... hä, was ist das jetzt? Mich zieht irgendeiner Töterin Alter, was war das denn? Ja, das war dies so Ich muss mich schon heilen Ja, ich muss mich auch... T-Rutscheiden Okay, wir haben jetzt ein Problem hinter uns kommen kleine Ratten Ich kümmere mich schon um die Ja bitte Ich hau dir mal Oh fuck, sind da viele? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Das ist grad übel Ey, die Ratten greifen das fette Ding an Ich muss zurück, ich muss zurück, sorry Ich muss zu dir Achtung, Achtung Die Party kriegen wir noch hin Freilassen Kommen wir da runter? Nee Ich hab kein Leben mehr, Alter Ich auch nicht, ich bin tot Die killen mich grad ganz Kannst du irgendwie kommen? Ja, ich versuch's Da hinten ist Leben Gott sei Dank Hier ist Medic Hier ist Medic Hier ist Medic Dort wo ich bin ist Medic Ah Lol, kannst du mich holen? Lol, wo bin ich? Meine Fresse Nein Der hat mich runter gestoßen Ich bin weg Nein Was, frei? Nein, was? Nicht hier Ich bin weg Die blocken mich Alter, das gibt's doch nicht, Alter Ich hab so wenig Ist das hart Das ist so hart Ich hab so wenig Damage gemacht So wenig Damage Ah, nee, Alter Pfff, okay Ich glaub wir müssen echt auf Recruit spielen Das hat keinen Sinn Nee, zu zweit nicht, ne? Gar nicht Nee, also zu... Ja Keine Schu... Alter, was? Durch die zwei Bomben, die ich geworfen hab 100% Ja, aber ich hab ja auch zwei Bomben geworfen Und ich hab jetzt... Wurde tot? Was hab ich noch? Hä? Ich versteh's nicht Ich weiß nicht, was ich da anders mach wie du Hm Ich glaub ich hit alles an und du kommst so von hinten und machst so einen langen Schlag Und tötest alle fünf Viecher, die ich grad angehittet hab Mit einschlagen Und so... Tot, 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 tot Und ich schlag überall, weil ich muss ja immer zweimal schlagen oder dreimal bis die sterben Schlag ich immer zweimal, da haben sie null Leben mehr und die schlägt... Pfff, alle weggebrotzt Das kann man schon sagen Ja, ich glaub's wirklich Ach, naja, gut Zwei Niederlagen Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und ich mach mal weiter in der nächsten Folge, weil sonst wird die Folge zu lang Ja Ähm... Jo, dann bis... Gleich, würd ich sagen Jo Ciao, ciao Bis zum Zuschauen Ciao